Hallo und herzlich willkommen bei UdoTV. Heute möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr solche Survival Armbänder, wie ihr sie hier seht an meinem Arm, selber machen könnt. Alles was ihr dafür braucht ist Paracord im Wert von ein paar Euro und eine Viertelstunde Zeit. Wie es genau geht, das zeige ich euch jetzt. Zunächst einmal benötigen wir zwei Stücke Paracord. Das erste Stück sollte etwa 50 bis 60 Zentimeter lang sein, das zweite sollte zwei bis zweieinhalb Meter Länge besitzen. Wenn ihr ein zweifarbiges Armband knüpfen wollt, nehmt ihr zwei Stücke a 1 Meter bis 1 20 und verbindet die Enden durch Erhitzen. Nun nehmen wir uns das erste, kürzere Stück und verknoten die beiden losen Enden. Wir nutzen hier zur Demonstration einen einfachen Sackstich. Wer will, kann hier aber auch einen Zierknoten knüpfen. Das kurze Stück dient als Träger für das längere und wird zum Verschließen des Armbandes genutzt. Es sollte locker um euer Handgelenk passen. Um den Anfangsknoten zu machen, nehmen wir zunächst das vorbereitete Armband. Dann legen wir die Mitte des langen Paracordstückes unter die Schlaufe des Armbandes. Nun nehmen wir das linke, grüne Teilstück und legen es über das Armband. Als nächstes legen wir das schwarze, rechte Teilstück über das Ende des grünen Seilendes und führen es unter dem Armband entlang. Zu guter Letzt wird es über die Schlaufe des grünen Teilstücks gelegt. Dann vorsichtig zusammenziehen. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann muss euer Anfang nun so aussehen. Achtet darauf, dass die Mitte des zweifarbigen Armbandes auch genau in der Mitte bleibt und zieht dann vollständig zusammen. Passt nun die Position so an, dass oben eine Schlaufe von etwa zwei Zentimetern Länge bleibt. Kommen wir nun zum Hauptteil des Armbandes. Wir nehmen uns als erstes rechts das grüne Teilstück und legen damit ein umgedrehtes S. Dann nehmen wir das linke, schwarze Ende, führen es von oben in die linke Schlaufe und unter dem Trägerarmband entlang. Nun führen wir das Ende von unten durch die zweite Schlaufe wieder nach oben. Zu guter Letzt ziehen wir die beiden Seilenden nun stramm. Das Ergebnis sieht dann wie hier gezeigt aus. Nun nehmen wir wieder das grüne Band und bilden damit diesmal ein normales S über dem Trägerarmband. Das schwarze Ende führen wir dann wieder von oben in die erste Schlaufe. Jetzt wieder unter dem Armband entlang und über die zweite Schlaufe. Und nun wieder zuziehen. Diese beiden Aktionen führen wir nun abwechselnd durch. Umgedrehtes S bilden, anderes Seil von oben in die Schlaufe, unter das Trägerarmband, über die zweite Schlaufe und zusammenziehen. Dann wieder ein normales S und das andere Seil durchführen. Dies macht ihr immer weiter, bis ihr euch dem Endknoten des Trägerarmbandes nähert. Kommen wir zum Abschluss. Wenn ihr bis jetzt alles richtig gemacht habt, dann sollte euer Armband nun in etwa so aussehen, wie hier gezeigt. Seid ihr am Ende angekommen, so zieht ihr den letzten Knoten besonders fest zusammen. Dann nehmt ihr euch eine Schere und schneidet übrig gebliebenes Paracordseil einfach ab. Erhitzt nun die beiden Enden über einer Flamme und drückt sie dann zusammen. Die zusammengeschmolzenen Enden verhindern ein Lösen und damit ist unser Paracord-Survival-Armband dann fertig. Es wiegt gerade einmal 16 Gramm und bietet im Notfall über zwei Meter vollwertigen Paracord. Trennt man die siebenadrige Seele aus dem Seil, so kommt man locker auf über 15 Meter Seil. Das kann man dann prima zum Angeln, zum Fallenbau und für vieles mehr verwenden. Untertitelung des ZDF, 2020